So. Äh. Boah, kommt da geil wieder raus mit der Spitzhacke. Schon da. Ich vergesse die ganze Zeit. Aber aus YouTube-Viver kannst du auch String machen. Mhm. Ah, ist ja geil. Aber das finde ich irgendwie ein bisschen teuer. Ja, aber das ist gut zu wissen. Ja, aber da mache ich lieber Baumwolle. Ja. Ich habe glaube ich noch keine angebaut, von daher ist es ganz praktisch, das zu wissen. Ah, wunderbar funktioniert mit dem Hebel. Ähm. Fange ich sie jetzt aus? Ja, jetzt habe ich sie aus. Da ist kein Eisen mehr drin. Ne, das ist Blut. Okay. Hast du dich da selber reingestellt oder wie hast du da Blut reingekriegt? Äh, wenn da Zombies drin spawnen. Das ist bei mir noch nie passiert. Passiert auch nicht so oft. Oh, das ist ja ein bisschen zu sehen. Ich habe auch da, ähm, resonantes Ender drin, weil da ein Enderman drin gespawnt ist. Enderman drin gespawnt ist. Das ist geil eigentlich. Oh, bei mir rottet das mega schnell. Mhm. Ich überleg mir gerade, ob man nicht so einen Spawner für einen Enderman über eine Schmiede stellen kann. Stimmt. Also du hast es halt dann wahrscheinlich rundherum ab. Ich weiß nicht, in welchem Umkreis so ein Spawner läuft. Ach, die fallen ja da. Also wenn du es hochstellst, dann fallen die ja einfach runter, oder nicht? Ja, du musst halt da oben, es kann halt auch sein, dass die oben drüber spawnen dann. Weil der hat halt seinen gewissen Umkreis in dem Monster spawnen. Stimmt. Aber gut, was war ich mit dem ganzen resonanten Ender? Braucht ja kein Mensch. Oh, ich glaube für ME oder sowas brauchst du es. Stimmt, kann auch sein. Meine ich mich zu erinnern. Ach, jetzt schmilzt doch, du blödes Eisen. Ach, ich will immer noch die Glow Flower, oder wie die heißt. Diese glühende Blume, die man immer bei den, ähm, wie heißen die? Fantasy? Tree? Keine Ahnung. Nee, Silverwood. Im Silverwood Tree wachsen die immer drunter. Ich will die für meinen Garten. Ähm. Ich überlege, wo ich die das letzte Mal gesehen hab. Ist gar nicht so lange her, dass ich die gesehen hab. Ich kann ja leider nicht mehr sagen, wo genau. Ja, macht nichts. Ich kann's ja grad eh nicht angucken. Ich muss ja eh erstmal alles wieder ablaufen. Stimmt. So, ich verballer jetzt mein restliches Ding nach der Blume. Oh, das war gut. Da kamen viele raus. So. So. Ach. Ich glaub zwei von diesen blöden Tufflots hab ich gebraucht. Ähm. Ähm. Knäppsel hab ich geguckt. Ja, zwei. So. Das kommt da rein. Dann hab ich hier die zwei. Mein Gold, glaub ich, hab ich da oben drin. Oh, da brauch ich nochmal was. Und Bölle brauch ich nochmal. Dann hab ich auch mal den Knäppsack. Sehr gut. Ich bin stolz auf mich. So. Gold. Hihihi. Ähm. Was hat das gemacht? Ja, weil ich grad meine, meine, ähm, ähm, Leiste unten in die andere Zeile geswitcht hab. Ah. Das fand ich grad cool. Glaub ich, der... So. Rotted. Rotted. So, huch. Ähm, warum ist denn... So. So. Jetzt kann ich so ein Modifiern gehen. Oh, Modifier, das erste geht, glaub ich, noch einigermaßen reißen, dann werden die echt fucking teuer. Bei dem... bei den Travelers-Tingern, äh, gar nicht. Gott sei Dank. Echt? Mhm. Okay, okay, okay. Tinkerboots, müsste das dann kommen? Oder Travelers-Boots heißen die, ne? Äh, Travelers, ja. Boots of the Traveler. Bei mir kommt aber... Bei mir kommt kein Rezept. Inventory, Recipe Mode, Enabled, ist alles an. Echt bitte, kommt da kein Rezept? Nee. Soll ich sie dir per Handy sch... achso, da hast dein Handy nicht da. Nee, geht ja nicht. Ich kann auch schnell googeln, das ist jetzt nicht das Problem. Das ist komisch, bei mir sind sie da. Ja, ich hab mein Knapsack. Nö, ich krieg kein Rezept. Hm. Euch. Kannst du kurz schlafen? Äh, ja, Moment. Ich hab immer noch so'n Kopf, dass ich jetzt dann aufhören muss, weil ich lernen muss. Das ist doch fürchterlich. Nein. Das dauert jetzt noch... Nein, du musst nicht mehr lernen. Das dauert jetzt noch so zwei Wochen. Du hast noch ein bisschen, bis es wieder hat, Kulost. Ja. Das dauert jetzt noch zwei Wochen, bis ich das wieder aus dem Kopf hab. Das kenne ich aber auch. Ach, boah. So. Meine Nase hat gejuckt. Achso, ja, ich wollte... ...die anderen unten... ...meine Sachen verbessern. Äh, wegen Bronze mit Kopper und Zinn, ne? Mhm. Halt, das Buch müsste ich ja noch dabei haben. ...Stream, Leder, Eisen, okay. So. Genau, Night Vision. Brauch ich nicht. Äh. Lol. Ähm. Featherfall brauche ich. Boah, ein Diamantblock, ernsthaft? Okay. Ja, aber komm, es sind neun Diamanten, dafür, dass du Featherfall hast. Okay, ich brauche ein Diamantblock, ein Ender... ...eine Enderperle und... ...sechs Federn. Kriege ich, glaube ich, hin. Oh, dann kann mir nichts mehr passieren, wenn ich Idiot runterfalle. Oh ja, das brauche ich ganz, ganz dringend auch. So. Federn, 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 Federn. Eins, zwei, drei... ...nein. Nein! Mir fehlen drei Federn. Scheiße. Die kann man nicht craften, ne? Ich... ...wollte gucken. Feather. Doch, die kann man, glaube ich, craften. Weil du musst ja eigentlich auch ne, ne Vegan aufschreiben. Kapok, Tuft und Plastik Rot. Plastik Rot. Plastik Rot 5 hab ich noch. Plastik. Ich hab aber kein Kapok Tuft mehr. Hast du zufällig noch Kapok Tuft? Ja, hab ich. Nein, ich hab noch. Haha. Wieso geht das mit Burlap nicht? Muss ich Burlap erst zu Leder umcraften? Ne, doch. Das müsste mit Burlap gehen. Ne. Du musst es in die... ...komplett richtige Reihenfolge. Wie richtige Reihenfolge? Also in deinem Crafting-Menü, dass sich die Plätze nicht untereinander unterscheiden. Also... Ach, das ist Alu... Ach, ne, passt. Okay. Ich hab gedacht, das ist, äh, Eisen. Und es ist aber Aluminium gewesen. Oh, okay. Dann kann's nicht funktionieren. Okay, die erste Bronze läuft durch. Sehr gut. So. Achso, jetzt muss ich mir den Scheißer wieder ausziehen. Hier. Juhu. Boah. Litty, heiß da. Zack. Und wie kommt da ein Modifier drauf? Mit... Nein, es geht mit Foxfedern nicht. Verdammt. Muss ich jetzt ernsthaft Hühnchen töten? Och, das ist schon bitter. Es ist... Zwei Gold und eine Enderperle. Okay, dann haben meine elf Enderperlen auch endlich mal. Benutzung. Es tut mir sehr leid, ich muss leider Hühnchen töten. Scheiße. Ja, das ist noch ein Fehler in der Vegan Option, dass es nicht kompatibel ist. Also sechs Federn habe ich. Ja, die wirst du selber brauchen für dein Vetter Fall. Wie viele braucht man? Sechs. Okay. Ich hab drei. Perfekt. Das heißt, es müssen leider zwei oder drei Hühnchen dran glauben, je nachdem, wie sie mir Federn geben. Ja. Hüftix. 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 Achso, ich hab mein Ding ja nicht an. Das ist schon... Natur. Die Natur ist grausam. Ja. Ich hab mich grad gewundert, warum ich keine zwei hochspringen kann. Dabei hab ich sie ja nicht mehr an. Keine Fehler. Verarsch du mich? Dann müssen wegen seiner Schuld jetzt mehr Hühner sterben. Es sollte sich jammen. Ach, toll. Aber ich hör hier noch ein Hühnchen. Wo bist du, Hühnchen? Ich hör dich doch. Und die Flügel hab ich auch. Oh, das kann doch nicht sein, dass meine Blase schon wieder nicht mehr mitspielt. Ich bin halt wieder da. Okidoki. Und ich habe vier Federn, da waren es nur noch zwei, die fehlen. Huch. Ich renne immer noch schnell über den Boden. Ne, übers Wasser. Ist hier hinten noch ein Hühnchen? Das finde ich wahrscheinlich keine, jetzt wo ich welche brauch. Ach, ich muss nicht mehr hüpfen. Das ist praktisch. Ach, ihr blöden Hühnchen. Da ist, glaube ich, eins. Ne, das war dann eine Blume. Oh, Mann. Ein Schneebium sind, glaube ich, viele Hühnchen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, in welche Richtung ein Schneebium liegt. Ich hätte eigentlich auch gucken können, ob ich Eier daheim habe. Aber ich weiß nicht, ob Babyhühnchen Federn geben. Ich weiß nicht, ob Babyhühnchen es geht. Jetzt werde ich wieder von allen Seiten angerübst. Da ist ein Hühnchen. Stimmt, ich müsste ja nicht nur auf die Karte gucken. Ja, die hat mir mehrere Federn gegeben. Du bist ja ein Schatz. So. Sechs Federn, jawohl. Yay. Was mache ich jetzt gleich hier drin? Wobei ich nachher eh noch mal runter muss. Diamant. Änderperle. Federn. Äh, Flügel. Federn. Nein, warum geht's nicht? Verarsch du mich? Ich bin wieder da. Was ist los? Hallo, es geht nicht. Es nervt mich. Äh, wie füge ich Modifier hinzu? Auf deine Traveller-Sachen? Ja. Da musst du in das Buch gucken. In dieses... Materials and You Volume 1. Ich kann fragen, welche Volume? Und das geht irgendwie nicht. Das steht hier nicht egal. Ich überlege gerade, ob dafür die... ...diese Wings repariert sein müssen. Das kann gut sein. Mit was repariere ich die? Oh. Wo ist jetzt das für die Buchung geflogen? Toll, das Buch ist gerade irgendwo durch die Wand geglitscht. Oh. Ist ungut. Und das ist auch nicht. Ich hab's bestimmt irgendwo nochmal und man kann das auch mehrmals craften, aber... Zur Hölle ist mein Buch. Futsch. Ähm. Futsch. Ah. Ja. Da ist es. Ich hab's gefunden. Wie kann man das reparieren? Ah. Armor Modifier. Ja. Oh. Ich bin verwirrt. Vielleicht auch hier? Nee. Auch nicht. Auch nicht. Hoppala. Auch nicht. Aber gut, vielleicht ging's wegen dem Tisch wieder nicht. Ja, du musst es unbedingt an Tinker-Tapel machen. Geht auch nicht. Slime. Hab ich einen Slime-Block? Das ist jetzt irgendwie nervig. Ich glaub wirklich, dass die repariert sein müssen. Aber wie repariere ich die? Hast du Slime oder hast du Koordinaten von der Tinker-Insel für mich? Ich hab Schleim. Kannst du dir einen holen. Ach, das ist... Oh mein Gott. Im Lager, ja. Okay. Ich brauch Schleim und keine Diamanten. Der blaue Block hat für mich ausgeguckt wie Diamanten. Es ist Schleim. Meine Güte. Anderes. Ich hab' Frage, wo bin ich denn? Steine? Kompakt? Nein. Nein, andere Seite. Baumaträgen? Nein. Doch. Ja? Ja. Dann hätte ich es nicht gesucht. Du hast ihn gerade aufgehoben. Darf ich einen haben? Gild Green Slime. Ich weiß nicht, ob der geht, weil der ist... Alle Arten von Schleim sind... Echt? Mhm. Jetzt hat... Dankeschön. Jawohl. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. So. Oh, ist das nervig. Warum machen die da auch einen blauen Schleimbatzen hin? Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es ist, um uns zu ärgern. Natürlich. Als hab ich die scheiß Feder nicht mitgenommen, ich Idiot. Aber ich kann das Zeug mal schon mitnehmen. Oh, endlich. Yay. Ich hab Feather Fall. Was? So. Was brauch ich denn jetzt noch? Genau. Dafür brauch ich... Juhu, ich auch. Yay. So. Wie zieh ich dich jetzt an? Da. Äh, wo zieh ich die an? Äh, deine normale Rüstung. Also, du musst deine Rüstung ersetzen. Äh, die Federn sind die Hose. Ach, die sind die Hose. Mhm. Okay. Ja, jetzt. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Und, äh, Highjump bei den Schuhen? Moment. Das ist automatisch, wenn du die Schuhe anziehst. Über Wasser laufen musst du die Extraordination machen. Oder über... Ach so, den Highjump hat er automatisch schon dran. Ja. Für das Überwasser laufen muss ich nochmal suchen gehen. Water Lilies. Ja. Water Lilies, hab ich genügend hier. Ja, ich muss auch nur zu meinem Sieg gehen. Brauche eigentlich nur zwei Stück. Ja, ja, eben. Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt... Ich teleportiere mich jetzt im Arm. Oh, man wird so faul mit diesem Teleportieren. Ich brauche kurz meinen Handschuh.